General Ritter von Greim, ich ermenne Sie hiermit zum Oberbefehlshammer der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum General-Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein geschwätzter Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern, wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel prampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Der treueste, der treu. Das ist der schlimmste Verrat von all. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Fett wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein. Und holen Sie mir Fägelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrt sein Bericht.